Moin Loil, euer Remix Insider ist mal wieder am Start, heute mit einem Gast. Alles klar, ich mache jetzt mal die Case Opening, mal drei Dinge auf, äh, drei, ähm, jetzt nicht falsch verstehen, Leute. Äh, ich meine natürlich drei Cases, Case, ja. Hm, klar, wer sie nicht kennt, der, ja, weiß auch nicht. Und wir haben jetzt noch nichts gezogen, immer Coins, Coins, Coins und wieder Coins, wetten. Ey, nee, 2000 Coins, das ist so ein Kotzen, sieht man wirklich nichts. Was sollen wir denn, wo gehen wir rein? Bad Wars, oder? Weißt du, weißt du, du? Bad Wars, B, 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 alles klar, was ich für ein Skin? Nö, wetter. Was nehmen wir denn? Stress nehmen wir nicht, äh, Streets meine ich. Wir nehmen, das hört sich komisch an, Arterion, wir nehmen Switch, das hört sich gut an. Oh shit, das geht schon los, bist du drin? Nein, nicht, äh, nein, egal, sieht wie bei der Nächste oder so, im Tief vielleicht. Echt, das ist übel unfair, was ist das? Mindsuchtlogik, Alter, Mindsuchtlogik, äh, wo ist denn hier der Villager? Die Map ist, ich hasse die Map, was ist das? Was ist das, Leute? Es ist, ja, am meisten die Map ist ja gut, das hier ist ein Stück, oh shit, mein Minecraft ist gecrashed. Wir müssen nochmal neu starten. So, ja, dann gehen wir jetzt mal in die Bad Wars, glaube ich, würde ich sagen. Was gibt's denn Gutes? Ähm, was sollen wir nehmen? Hm? Arterion? Hm? Aha, mach mir mal ne Ausnahme, das hört sich da ein bisschen komisch an, aber gut. Oh, ist die Map ist, fuck. Die Blau? Plü. Plü ist ausgewählt. Blau wie der Ozean. Ja. Nachher neuter, wie viele Aufnahmen haben wir jetzt schon mal gemacht? Drei? Entweder einmal ist Michael, ja, bei mir, ja, war abgekackt, dann kommt meine Mutter rein. Alles klar, ist das. Oh, der ist bei uns scheiße. Oh ne, jetzt geh ich mich umbringen. Hallo. Hallo. Ich will mich schwimmen. Glaub nicht. Ich glaube, der wird gar kein Team, oder? Alles klar. Nee, oder? Hä? Alles klar. Was ist? Wann startet's denn? Jetzt geht's los. Oh, jetzt sind über viele da. Läuft bei denen auf jeden Fall. Läuft bei denen richtig? Oh, zwei sind gelieft, aber es startet trotzdem. Oh, nicht die Lava Lava. Lol, ist voll oder fast? Cookie, Cookie HP. Was? Rehwaffe. Was? Rehwaffe. Was? Rehwaffe. Weißt du's? Ja, gut, hab ich gesagt. Nee, oder? Doch, Kuno. Hey, kann man sich jetzt so nennen, Leute. Geht so. Brauchst du Dings? Brauchst du? Hier. Darf ich hacken? Nein. Äh. Nein. Nicht einmal. Nicht einmal. Nein. Ja, von mir aus. Alles klar. Wenn ein Band kassieren will, kann er gerne hacken. Das schreibe ich jetzt auch mal. Guck mal, wenn du ein Band kassieren... Das schreibe ich jetzt auch mal. Guck mal, was er zurückschreibt, Leute. Das ist ein Kack. Jetzt ist er sprachlos, glaube ich. So, ja. Also Sport ist ja auch ganz in eigentlich. Kam letztens im Fernsehen. Besonders Sport unter der Dusche. Das ist so. Liegestützen, Sit-ups. Oh nein, der ist ein Spieler. Das hab ich letzt gemacht. Nein. Nein, nein, nein. Timehunter. Du bist böse. Hör auf. Das zeig ich alles meiner Mama an. Als Team dir auch noch. Hilfe. Ja. Geschafft. Doch die Team gerade. Das Team Grün. Zwei Stück sind da in der Mitte. Ich kann mich noch hoch retten. Für den Bösen. Für den Bösen. Oh, da ist... Da ist einer. Da ist er. Hab ich ihn. Hab ich ihn. Ne, oder? Leute. Nein, ich hab ihn. Ich hab ihn. Hab noch einen. Nein, bei mir läufts gerade. Oh, das... Ich hab auch nur ein halbes Leben. Oh! Ich muss auch mal sterben. Bögen. 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 Also unbedingt zu empfehlen. Sit-ups unter der Dusche. Bögen. 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 Nein, nein, nein. Hab ich ihm noch nicht gesagt. Jetzt sagen wir... Jetzt sagen wir es halt jetzt. Ja, mach mal. Ich geh mal... Ja. Weiter vor. In den Angriff. Hm. Ganz sicher. Auf jeden Fall. Profi. Oh, das cancel. Cancel. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Kenniesler. Die hab ich doch eben erst gut. Wann meine ich das nur? Ach, ist euch schon egal. Ist richtig nice. Oh! Hä? Der Boss spamt jemand. Ähm, das ist Team. Was ist das? Rot, glaub ich. Ich brauch mich einfach mal hoch. Boah, das ist Bögen. Oh, das ist Bögen. Bug-Using, Alter. Bug-Using. Der buggt richtig rum in letzter Zeit. Das ist abnormal. Also abgeladen musste man was machen. Da musste wieder mal von Bikini Bottom zurückkommen. Oh. Ah. Nein. Ich hab ihn. Ich hab einen. Team Rot. Loll. Da sind noch welche. Mal gucken. Mal gucken. Ich versuch mal irgendwie da hinten hinzukommen. Ich hab's schaffe. Ist eine andere Sache. Ich glaube, ich lauf' grad zu Team Grün, oder? Bist ihr ganz sicher? Oh, es packt richtig rum. Wo ist das Bett? Hab's Bett von Team Grün. Na, jetzt war Lack, 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 Lack war das. Aber er hat mir das voll gegeben. Er hat volle Leben gehabt. Aber ist egal. Hauptsache das Bett ist weg. Boah. Boah, der Server leckt richtig. Was ist das? Ich guck mal ping. Team. Da müssen wir mal was. 25. Geht doch eigentlich. Ich check's nicht. Hä? Team... 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 Team Grün... Team Grün ist weg schon. Team Grün ist weg. Ah. Mh. Hab' noch einen. Er hat mich aber auch. Hat' mich. ok also abgelaufen ist man wissen wir haben zu weisen vor lex der gehört abge hält auch flotastisch die machen das doch aber zusammen oder nicht mir egal ich sage einfach gehören der gehört den beiden trotzdem muss da mir heranzugewiesen werden der lekt richtig hart ich backe fest ich bin spät bei gekick wegen back ich würde ja es leckt so hart ich bin tot aber der steine ist auch habe ich auch oder ja nein er ist runter gesprungen sehr lecker ich habe die aber eigentlich noch getroffen wir sind die blau ausgibt es gibt es los es gibt es gibt gar kein feuerwerk lex jetzt gehts scheiß ich bin einfach so runter gesprungen der cookie hat mich getötet das war sehr schlauch in mir als ob wer denn die bau ist beim richtig hart unter oh ja da muss man aufpassen scheiße ich bin tot ich lass das jetzt lieber die bau ist mir eigentlich schon jetzt aufgefallen dass das hier nicht auf zeit läuft alles klar du wichser der wird bei gekickt glaube ich weil es der benutzer tritt oder er bekommt ein mute er hat beleidigt das wirst du wüsten alles klar drohen Achtung da kommt einer er baut das bett ab wir brauchen hilfe leute er hat gleich scheiße nein hat er es ja da kommen emotionen hoch da kann ich nichts dafür ich baue mal oben das bett noch ein bisschen weiter zu wieder so so es ist dann noch der bau spammer ne macht das spaß alles klar msg haa oh ist das nicht oh ey ne rieh waffel leute wieso liegt denn goldschwert rum so so nö ach ich steppchen ich steppchen hehehe 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 au ja der war schlecht ja der war schlecht oh zu gelb ich versuch mal das bett abzubauen von team gelb ich werde zurückgepackt da ist noch einer die haben das nicht gut oh scheiße ich wäre fast gerade da gewesen ich war kurz davor dann killte er mich mit einem goldschwert knapp alle wieder gehen die runde hier das dauert ja jahre aber hehehe 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 ich gehe wie immer in angriff sonst mit null equippe hehehe ist eigentlich richtig dumm aber gut boah so aber das team gelb af afk oder ne 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 ist nicht afk doch er ist afk wir haben ihn guck die hp ist tot ich hab wie ja nein 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 boah 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 der hat hexan kill aura ja der hatte kill aura hehehe ne ich weiß es nicht bin mir nicht sicher bei dem bin ich mir ganz sicher marion cool schon wieder boah ey hehehe hehehe ich geh mal ich schlaufe die meinte ja oh weg 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 nein oh oh hehehe 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 wieso hab ich das zugeboten der mütze hehehe 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 hmmm joaa kann man mal machen hehehe hehehe oh hehehe hehehe ja nice du hast ihn sehr gut ja übel schon jetzt mal ein ding knüppel ich mach jetzt mal külp ein bisschen also solange das bett nicht weg ist macht es das ja nicht so schlimm ja külp ist weg ja das schon so oh 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 nein nein als ob was hatte der bitte mit team gelb wir müssen dringend team gelb vernichten die werden immer starker die haben übel starkes equipt irgend besonders schwert genau das schwert gesehen ja ja sag ich oh nein scheiße 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 dein stärker stingens wie ich er hat mich ich bin tot er ist der scheiß der ist da haben wir ihn haben wir ihn oh lol siebener so hey wieso diese logik ich hab gar nichts und du hast einen siebener schwer und ich bekomme den alles klar das ist logik das ist logik Leute aber helft die lebe lebe hoa scheiße die haben wir ein goldschwert ziemlich manche scheiße er kommt ja ja ähm cookie kommt cookie kommt oder warte 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 wo ist der ist das schon da das ist jemand von unserem team jetzt von unserem team da sie kommen sie kommen hat sie ich hab beide oder alle oder jetzt das ist zu viel die waffe es wird es wird ein schwerer gegner oder hä ok ja gut die sind irgendwie abgehauen pfff ein glück ok oh nein lololol ich hab grad mein Programm beendet ok wo ist der eigentlich ähm keine ahnung ich bin aus denen rausgegangen kurz egal ich verfolge grad Rehwaffe ich hab gleich das Bett nein sie kommen ich bau mich ich bau mich einfach mal hoch der haben Bogen glaub nicht glaub nicht gelb hat sich komplett zurück gezogen alles klar der Hacks den reporte ich report marion der Twixhacks ja der kennt mich schon zum zehnten mal der macht so ein so ein sprung halt so also ich bin mir nicht sicher ob er es hat aber scheiße 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 sorry ich glaub ich tue mir auch mal was ja 19 nice jetzt höre ich mir auch mal kipp team roth team roth oder ein glück nicht unseres so das hier ich lege mal hier so wo denn ich hab ihn ich hab ihn Cookie HP so ja oh es ist keiner in der Mitte es ist kein Star jetzt seins da 1 2 3 3 4 ich geb ihm Gold das verdient jetzt rennt einfach weg warte ey ey nein nein kriegt er halt kein Gold ewig ich glaub dir geht das nicht mehr aus hallo deine 4 Gold so ich hab 2 Gold kriegt man dafür was scheiße ich hab ihn ich hab ihn noch einer nein die ich bin schlecht ja ich hätte ihn auch noch kriegen müssen aber da kommt er gleich drei stück also das ist ja richtig asozial hier wer hat mich jetzt eigentlich gekillt marion kuhn holt ne oder finn ah der gute alte finn hat mich gekillt nein oh guck die HP hat mich jetzt mal gekillt scheiße sie kommen sie kommen pass auf nicht sie waren da vorne ich guck mal boah wie lange geht denn die Runde noch das geht ja nie aus scheiße ich hab keine Blöcke mitgenommen ich geh zurück die die sind die ganze Zeit in der Mitte wir müssen mal irgendwas machen also und gewinnen die das hier noch aber Drehwaffe oh no oh no nein 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 aus wie so ein Hund Sitz Sitz Platz äh ähm oh das Essen kommt nein ich ey ne er hat mich es geht nie aus jetzt vergrieft ihr euch in die Mitte so vergrieft ne doch vergrieft das neue Wort vergrieft Leute ich hat mich er hat mich guckt uns raus die Leute uns raus Alles klar. Ja. Hier haben wir noch Equip. Ich gebe volle Kanon raus. Mir ist egal. Hast du ihn? Oh, da ist das Kuh-Dings da. Ja, nein. Ist er runtergefallen. Oh, von hinten. Wie dreist ist denn das? Wer war das? Schon wieder Finn. Ja, ist so. Hol die am Hex an. So. Oh, no. Jetzt kommt's. Die haben aber Angst, glaube ich. Spaß. Äh, nee. Leckt wieder mal. Aber jetzt geht's. Ich gebe mal einen Angriff. Rehwaffel ist AFK. Scheiße, das ist nur einer. Scheiße. Ich wurde bemerkt. Cookie HP hat mich gekillt. So. ja es kommt einfach keiner geht nie aus das macht doch keinen spaß mehr also drin zweitlich ausgeht dann müssen wir mal karten hier sie kommen film kommt ja wir sind beide tod ich habe ihn nicht es kommen noch so viele müssen schnell handeln es kommt vier stück oder 3 3 ich habe jetzt drei matze hier vier minus 1 oder das cookie näher ich gebe um ich gebe um ja klar beste deutsch ich obelang geben tour aua nein tisch wäschen ja nene unerhört boah boah und er ist gesagt die Runde ist richtig ab Fakker Runde gut gut oder kommt hin da ist Fynn zu 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 zurück zurück hoch ja es leckt übel ich konnte nichts machen bist du das gerade gesehen das sind üble leck also ihr langzeit frage ich mich wieso ich mir hierher drauf prämie gekauft hat auf die war die leckse beruhung sind gibt es ein spack mal gucken es wäre gut gewesen ich gehe mal zu denen hin kommen wenig also ich wisch das wird nichts die bau späne gut kommt er hat mir scheiße klar schon eine brustplatte aus sich an er wollte leute leute aber damit jetzt glaube ich doch nichts sollte eigentlich nicht so lange runde werden der kinder und jetzt eigentlich schon das kann man rausschneiden ist egal da macht er einfach mal kurz kein tun rein ja so jetzt mal in den angriff oh nein so ich guck mal kurz wie lange es jetzt geht 30 minuten 33 minuten geht die runde schon 33 minuten das ist aber eine lange runde ich bin auch ein goldschwert level 30 grad vielleicht wo was was war gerade los gerade war da wie so ein hoppel wie auf der straße als ob da so ein auto fährt und dann blub falle ich das habe ich runde schon als wenn man so ich 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 was denn oh nein team blau auf einer skript kommt die klarte hat dann auf feiglinge scheiße es war die aufregung die aufregung von der geschmacks explosion jetzt kommst du kümmern es dauert dort greifen wirklich nicht an ich werde die ganze zeit zurückgepackt also das gewinnen wir eh nicht mehr ich muss jetzt auch ich stelle mich mal afk hierhin einfach mal ich muss kurz essen also ja ich denke dass ich bin jetzt mal afk das essen gibt leute das ist eh so gut wie verloren die haben viel besser auf der grip bis gleich leute so gut ich bin dann gleich wieder da so gut so Vielen Dank. 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 Tschüss.